Im September 2008 habe ich den Komfort der französischen Schweiz verlassen, um zehn Monate auf einer unbewohnten Insel in Tonga zu verbringen, mitten im Pazifik. Mein Reisegepäck, eine Machete, mein Schweizer Messer, Medikamente, ein Satellitentelefon und ein Solarpanel zum Aufladen der Kamera-Akkus. Das Ganze war schon lange ein Traum von mir. 14 Monate Vorbereitung und jetzt war ich hier. Ich musste vor allem ruhig bleiben, denn egal was passieren würde, ich war ganz allein. Das Königreich Tonga liegt im Südpazifik. Die Insel Tofua ist rund 250 Kilometer von der Hauptstadt entfernt und menschenleer. Tofua ist der Rest eines Vulkans, der vor langer Zeit ausbrach. Im Zentrum liegt ein Süßwassersee und im Norden gibt es einen Vulkan, der immer noch aktiv ist. Ich bin erst seit 24 Stunden hier und mir fehlt nicht nur Essen und Trinken, sondern alles. Das ist furchtbar. Nein, es ist nicht furchtbar, aber es zeigt mir, dass ich ganz langsam vorgehen muss. Schritt für Schritt. Ich muss erst alles lernen. Und das dauert länger, als ich dachte. Am nächsten Tag installierte ich mein Solarpanel zum Laden der Akkus. Und ich ging wieder fischen. Bis zum Abend war der Erfolg gleich Null. Erst als ich gerade aufgeben wollte, hatte ich meinen ersten Fang. Und der war so groß, dass er gleich für zwei Tage reichen sollte. Ich fühle mich gut. Viel besser als heute früh. Ich habe was von meinem Fisch gegessen und mir bleibt noch genug für morgen. Freut mich sehr. Jetzt warte ich darauf, dass das Feuer ausgeht. Dann schlafe ich. So in etwa zehn Minuten. Ich will kein Holz vergeuden. Hier gibt es zwar viel Holz, aber das ist nicht trocken. Es ist ganz feucht. Hallo, hallo. Ah, überall Ameisen. Das ist wohl ungenießbar. Ja, die haben sich alles geholt. Hier auf der Insel gab es ja durchaus Feinde. Ich musste was tun. Zu Hause in den Alpen kannten die Menschen früher zwei Wege, ihr Fleisch haltbar zu machen. Einsalzen oder räuchern. Okay, ich will meinen Fisch räuchern. Ich werde ja viele Fische fangen. Viele, viele Fische. Und die muss ich räuchern. Der Bau der Räucherhütte war kein Problem. Mein Großvater wäre stolz auf mich gewesen. In den ersten beiden Nächten schlief ich einfach unter einer Kokospalme. Für zehn Monate lang konnte das nicht so bleiben. Ich brauchte einen Unterstand. Ein Dach über dem Kopf. Die Streben für das Dach verband ich mit frischen und trockenen Kokosfasern. Ich war erfinderisch. Dann noch Palmblätter hineinflechten. Das musste doch wasserdicht sein. Nach vier Tagen Arbeit war mein Unterschlupf fertig. Ich konnte mich wieder anderen Dingen widmen. Am nächsten Morgen folgte ein wichtiges Ritual. Wer nach dem Rhythmus der Natur leben will, muss die Zeit vergessen. Die Sache ist die, dass ich meine Uhr vergraben will. Am Ozean. Damit auch unter der Erde die positiven Schwingungen spürbar sind. Ja, sehr schön. Ab jetzt bin ich neun Monate und 20 Tage allein. Und ich habe die Zeit angehalten. Am Anfang musste ich jeden Tag stundenlang darauf warten, dass endlich mal ein Fisch anbeißt. Eine lästige Aufgabe, von der ich mich unbedingt befreien wollte. Die Lösung war ganz einfach. Ein dicker Ast als Angelrute, ein Stein als Gegengewicht, Angelschnur und Köder. Das war's. Okay, fertig. Ich bin richtig erschöpft. Das sieht nicht schwer aus, aber ich esse ja nicht so viel. Mir bleibt auch nichts anderes übrig. Ich trinke, das ist okay. Aber sobald ich mich anstrenge, werde ich sehr schnell müde. Jetzt ruhig mich aus. Ich hab's ja nicht eilig. Wer Hunger hat, ist nicht wählerisch. Beim Fischen fand ich Meeresschnecken. Naja, nur ein paar. Kein großes Festessen. Guten Appetit. Der Nahrungsmangel, die Einsamkeit, das Fehlen von allem Gewohnten. Ich weiß nicht, was das Schlimmste war. Nach acht Tagen war ich jedenfalls am Ende. Meine Familie vermisst mich. Alle, die ich kenne, vermissen mich. Hier ist es schön. Aber ich kann nicht auf Erkundungstour gehen, weil mir die Nahrung fehlt. Ich hab Wasser, ja. Aber ansonsten ist das alles echt hart. Und zu Hause hab ich alles. Ich frag mich, warum tust du das? Warum bleibst du nicht zu Hause bei deinen Freunden, deiner Freundin und der Familie? Ich war fix und fertig. Und das 22.000 Kilometer von zu Hause entfernt. So weit weg von Freunden, Familie und Kühlschrank. Und das Schlimmste? Es war meine Idee. Zum Glück hatte ich meine Motivationsflagge mit den Sprüchen meiner Freunde. Ihre guten Wünsche haben mir wieder Mut gemacht. Genau wie die Wale, die ich an diesem Tag zum ersten Mal sah. Alle Probleme waren plötzlich total unwichtig. Ich vermisse hier ganz viele Sachen. Aber es gibt auf der Insel auch Dinge, die ich zu Hause nicht haben kann. Morgens ist es schwierig, sich das Positive bewusst zu machen. Abends spüre ich es dann wieder. Dann fühle ich mich glücklich und ganz ruhig. Ich muss einfach lernen, langsam zu werden. Ich muss mir Zeit lassen. Ich beeile mich ja immer bei allem, weil ich es so schnell wie möglich erledigt haben will. Aber hier ist das nicht der richtige Weg. Ich musste die Plastikschutzhöhle von meinem Solarpanel anbringen, weil mein Dach leider gar nicht wasserdicht ist. Und ich brauche ein wasserdichtes Dach für meine Ausrüstung. Also habe ich das aufgehängt. Aber ich will heute noch anfangen, mir ein regenfestes Dach aus Palmwedeln zu bauen. Zuerst musste ich in die Kronen rauf. Zu Hause klettere ich problemlos auf jeden Baum. Aber diese Palmen haben ganz glatte Stämme. Da wird das Klettern zur Kunst. Als ich dann endlich mit meiner Machete oben war, musste ich die Palmwedel noch abschneiden. Ihre Länge entsprach ungefähr der meines Daches. Dann folgte das Flechten. Die Methode ist einfach. Eins drüber, eins drunter, eins drüber. Liegen lassen, hochnehmen, hochnehmen, knicken und querlegen. Auf den Inseln von Tonga sind die Hütten mit mehreren Schichten Flechtwerk gedeckt und dadurch regenfest. Das Problem, man muss dafür ziemlich viel flechten. Und ich hatte noch ein Problem. Die zahllosen Stechmücken in diesem Wald. Ich dachte, dass ich sie loswerden könnte, wenn ich das Unterholz beseitige. Der Wind vom Pazifik wäre dann mein natürlicher Insektenschutz. Aber das hat nicht geklappt. Seit heute Morgen höre ich den Vulkan. Ich wusste nicht, was los war und habe mir Sorgen gemacht. Man kann ja nie wissen. Deshalb bin ich auf den Gipfel gestiegen. Ich brauche einen Weg. Jetzt bin ich hier, um mir den Vulkan mal anzusehen. Der Weg hinauf ist kein Spaß, schon weil man kaum durch die hohen, verfilzten Fahne kommt. Am Kraterrand vergisst man die Anstrengung aber gleich wieder. So schön. Man fühlt sich ganz klein in so einem Moment. Ich heule. Es stimmt schon, dass ich mich manchmal einsam fühle. Das Einzige, was sich seit meiner Ankunft auf der Insel nicht verändert hat, bin ich. Jetzt bin ich seit einem Monat hier und vermisse noch immer fast alles. Ich bin mitten in der Natur, aber auch mitten im Nichts. Ich bin einfach total allein. Und das ist nicht leicht zu ertragen. Nach dem Besuch auf dem Vulkan wollte ich meine direkte Umgebung besser kennenlernen. Jeden Tag ein paar hundert Meter. Ich schaue mich um. Es gibt viele Dinge zu entdecken. Immer. An diesem Tag fand ich einen großen Mangobaum. Seine Äste waren voller Früchte. Die Mangos waren fast reif. Ein Riesengeschenk. Und ich fand noch etwas. Einen Baum, aus dessen Rinde ich Seile machen konnte. Perfekt für mein Dach. Ich brauchte nur ein paar lange Streifen aus der Rinde zu schneiden und sie in der Sonne trocknen lassen. Ich habe heute eine Seite geschafft. Mal sehen, ob das Dach jetzt wasserdicht ist. Naja, immerhin habe ich es nur mit meinen Händen und aus Palmwedeln gebaut. Und das macht mich ziemlich stolz. Das Leben hier ist ja sehr reduziert, was es nicht leichter macht. Man muss alles selbst machen. Ich lerne viel dabei. Und ich nehme die Welt ganz anders wahr. Weil ich beim Angeln immer mal leer ausging, musste allmählich ein neues Gericht auf meinen Speise planen. Kleine Kokosnüsse, über dem Feuer geröstet. Das Knacken der Nüsse war kein Problem. Ihr Inneres sah aus wie ein Fruchtkompott. Der Geschmack ist schwer zu beschreiben. Eher süßlich. Überhaupt nicht wie Kokosnuss. Heiß. Und sehr lecker. Nach einem Monat auf der Insel konnte ich mich ganz gut selbst versorgen. Das Wichtigste war organisiert. Blieb nur ein Problem. Der Mangel an menschlichen Kontakten. Mir wird immer klarer, dass ich mich ziemlich einsam fühle. Ich habe ja niemanden, mit dem ich reden und diskutieren kann. Also führe ich selbst Gespräche. Aber ich bin immer meiner Meinung. Und das macht keinen Spaß. Bei einem Erkundungsgang stieß ich auf einen wunderschönen Strand. Am Rand der Wellen wollte ich meine Neuentdeckung genießen. Doch daraus wurde nichts. Mitten in der Einsamkeit war ich hier plötzlich mit der schlimmsten Seite unserer Zivilisation konfrontiert. Überall Müll. Abfälle, die tausende Kilometer von hier in den Ozean geworfen worden waren. Die Strömungen hatten sie hergetragen. Im Müll lag ein Stück Bambus, das ich ganz spannend fand. Die Trophäe musste mit. Ich hatte schon eine Idee, was ich damit anstellen konnte. Alle! Alle! Jetzt habe ich ein Ditcheridoo. Abgesehen von den Stechmücken war das Leben auf Tophua relativ entspannt. Allerdings zog ich mir ständig kleine Verletzungen zu. Auf den Felsen ebenso wie im Urwald. Inzwischen hatte ich viele kleine Infektionen unter der Haut, die nicht mehr verheilten. Irgendwann musste ich mein Satellitentelefon nehmen und Dr. Richon anrufen. Meinen Arzt in der Schweiz. Ich brauchte dringend Rat. Hallo Jacques, hier Xavier Rosset. Ich beschrieb ihm, wie die Stellen aussahen und er erklärte mir, was ich aus dem Erste-Hilfe-Set nehmen sollte. Jetzt lege ich los. Tut ziemlich weh. Aber vielleicht wird es nachher ja besser. Ich muss den Schmutz jeden Tag entfernen und die Stellen waschen. Mit Meerwasser. Und dann mit abgekochtem Süßwasser. Und ich muss alles mit einem Desinfektionsmittel einreiben, das die Heilung unterstützt. Ich bin mitten im Nichts und nehme Antibiotika. Wenn sich in fünf Tagen nichts tut, muss ich den Arzt nochmal anrufen. Dank der Ratschläge von Dr. Richon waren meine Wunden in ein paar Tagen verheilt. Inzwischen hatte ich allerdings ein Problem, das ich nicht durch Salben lösen ließ. Ich habe keine Motivation mehr, irgendwas zu tun, weil ich allein bin. Ich habe noch nicht mal Feuer gemacht mit dem Holz, weil es mir einfach reicht. Ich weiß nicht, warum ich was machen soll. Ich bin ja allein. Mit wem soll ich das hier teilen? Mit keinem. Keinem. Ich bin hier, weil ich Hilfe für einen Freund brauche. Er hat sich in den Finger geschnitten. So. Er hat nicht nur die Kava aufgeschnitten, sondern auch seinen Finger. Als wenn er mich gehört hätte, tauchte plötzlich Lofi in meinem Leben auf. Ein paar Tage im Jahr kommen Bauern von einer Nachbarinsel nach Tofua, um hier Kava anzubauen. Die Pflanze, aus der das Nationalgetränk hergestellt wird. Lofi war einer von ihnen. Er wusste ungefähr, wo mein Camp lag und hoffte, dass ich den Finger seines Freundes retten könnte. Ihr Lager war sechs Stunden Fußmarsch entfernt. Süß, oder? Die Mitte schmeckt süß. Lecker. Im Camp wurde mir schnell klar, wie ernst die Lage war. Alles gut? Trotz meiner ersten Hilfe musste der Mann unbedingt zu einem Arzt. Und zwar sobald ihn ein Boot abholen konnte. Ich hatte mit meinem beschränkten Wissen getan, was ich tun konnte. So. So, ich habe mein Bestes versucht. Bis morgen geht das so, aber dann muss er in ein Krankenhaus. Er geht ins Krankenhaus. Danke. Ich bin nur ein Tofua, Doktor. Ich habe mein Bestes getan. Schimis Finger wird es jetzt wohl besser gehen. Und ich muss wieder in mein Camp zurück. Zu meiner Hütte. Schon ein komisches Gefühl, diese Leute zu verlassen. Sie sind wirklich sehr nett. Und ich bin dann wieder allein in meinem Camp. Naja, ich weiß auch nicht. Trotzdem muss ich los. Heute ist ein sehr warmer Tag. Im Camp erwartete mich eine dringende Aufgabe. Mein Dach wasserdicht machen, bevor im Dezember die Regenzeit beginnt. Als das erledigt war, gönnte ich mir einen kleinen Luxus. Freie Sicht auf den Ozean. Vor lauter Arbeit war die Machete am Ende völlig stumpf. Die schneidet nicht mehr. Am Strand suchte ich mir ein glatt poliertes Stück Basalt als Schleifstein für die Klinge. Die Idee war gut. Nach ein paar Monaten auf der Insel hatte ich so viel gelernt, dass eine Art Routine einsetzte. Die Nahrungsbeschaffung war längst kein Problem mehr. Und ich kannte das weitere Umfeld meines Camps. Fühlte mich aber auch immer einsamer. Zu Weihnachten sprach ich meinen Eltern eine Nachricht auf den Anrufbeantworter. Es ist das erste Mal, dass ich Weihnachten ohne euch verbringe. Ein komisches Gefühl. Ich wollte euch nur eine schöne Festzeit wünschen. Daddy, ich hoffe, dass es deiner Hüfte besser geht. Hier läuft alles gut. Macht euch also keine Sorgen um mich. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Weihnachten und Neujahr allein auf einer Insel zu verbringen, ist ziemlich deprimierend. Ich dachte an meine Freunde, meine Familie, das Festessen und sogar den Champagner, den ich sonst gar nicht so mag. Vor mir lagen weitere sechs Monate Einsamkeit. Zum Glück kam Lofi eines Tages nochmal vorbei und brachte mir einen Hund. Aus Dankbarkeit, weil der Finger seines Freundes gerettet war. Plötzlich war ich wieder total motiviert. Ich wollte einen kleinen Gemüsegarten anlegen und meine Speisekarte vielfältiger machen. Die Wassermelonen-Samen hatte Melofi ebenfalls mitgebracht. Das Erdreich sah fruchtbar aus und die Temperatur war ideal. Bis meine Saat aufgegangen wäre, erforschte ich wieder einmal die Insel. Ich suchte Früchte oder wildes Gemüse, Strände, Höhlen oder einfach nur neue Landschaften. Diesmal lief ich an der Küste entlang, bis hohe Klippen mir den Zugang zum Meer versperrten. Ich bin hier an der Westseite der Insel. Den Teil der Insel wollte ich mir auch mal ansehen. Er ist ganz anders als der Teil, in dem ich meine Hütte habe. Dann wurde es Zeit fürs Abendessen. Aber dafür brauchte ich erstmal einen Fisch. An diesem Abend wartete eine ziemlich große Überraschung auf mich. An meiner Angel hängt der hier. Das Riesenvieh macht mir ein bisschen Angst. Vor einem Monat habe ich schon mal so einen Hai gesehen. Ziemlich groß, oder? Der Hai war nicht nur beeindruckend, er verschaffte mir auch jede Menge Nahrung. Ich machte Feuer in meinem Umu. So nennen die Menschen im Südpazifik ihren Erdofen. Ein Loch im Boden, gefüllt mit Glut. Dann legt man den Fang drauf und bedeckt das Ganze. Über Stunden wird der Fisch in der Hitze der Glut ganz allmählich gegart. Der Hai lag die ganze Nacht auf der Glut. Ich betete, dass mir die Insekten nicht alles weggefressen hätten. Ich räumte die Blätter und den Sand zur Seite und konnte aufatmen. Heiß. Das ist immer noch heiß. Durch das langsame Garen war der Fisch jetzt zwei bis drei Tage haltbar. Allmählich hatte ich aber die Nase voll von Fisch. Ich wollte mir ein Wildschwein jagen. Ich versuche einen Schweinepfad zu finden. Von denen gibt es hier viele. Die Schweine benutzen sie ständig. Wir Menschen können diesen Pfaden aber nicht einfach folgen, weil sie wie kleine Tunnel sind. 60 Zentimeter hoch, mehr nicht. Ich musste eine Stelle mit Wasser finden. Das erhöhte die Wahrscheinlichkeit auf einen Fang. Wasser. Ich glaube, das ist ein guter Schweinepfad. Jetzt muss ich nur noch die Stelle finden, an der ich mein Loch grabe. In der Zwischenzeit waren in meinem kleinen Gemüsegarten schon die ersten Pflanzen hochgeschossen. Das Ganze sah sehr vielversprechend aus. Great. Here are the watermelons. Toll, die Wassermelonen. Und hier die Zwiebeln. Nur eine Woche nach meiner Pflanzaktion war alles aufgegangen. Naja, die Auswahl war nicht gerade riesig, aber immerhin trug meine Arbeit Früchte. Die Schweinefalle war bereit, die Pflanzen wuchsen. Das war der perfekte Moment für einen Ausflug zum Vulkan. Heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte nicht viel zu tun. Also dachte ich mir, geh doch mal zum Vulkan rauf. Jetzt bin ich unterwegs und höre ihn schon eine ganze Weile grummeln. Wenn man hier unten ist, sieht das wie eine Mondlandschaft aus. Und jetzt schaue ich mir den Vulkan an. Untertitelung des Zwiebeln. Die Ausflüge zum Vulkan hatten immer die gleiche Wirkung. Ich fühlte mich plötzlich ganz klein und unwichtig. Hier stand ich im direkten Kontakt mit dem Erdinneren. Wasser, Luft, Erde und Feuer. Alle vier Elemente um mich vereint. In tausenden von Jahren hatten der Vulkan und die tropischen Regenfälle eine beeindruckende Landschaft geschaffen. In den Schluchten hier lief ich mitten durch die Entstehungsgeschichte dieser Insel. Auch jetzt zog ich mir immer wieder kleine Kratzer zu. Die meisten beachtete ich nicht einmal, aber eine Stelle entzündete sich so, dass ich den Finger nicht mehr bewegen konnte. Und das machte mir Sorgen. Die Schmerzen waren kaum auszuhalten. Am Telefon erklärte mir mein Arzt, wie sich die Infektion hoffentlich stoppen ließ. Wenn es in 24 Stunden nicht besser aussieht, muss ich in ein Krankenhaus. Ich bräuchte allerdings 5 bis 10 Tage bis zu einer Klinik, wo sie was für mich tun könnten. Ich darf nicht zu lange warten. Wenn die Infektion nicht in der Hand bleibt, wandert sie in den Arm. Ich bekomme dann eine Blutvergiftung, eine Entzündung aller Organe. Und mit der ist dann mein Leben in Gefahr. Ich will nicht sterben. Ich habe keine Angst davor. Aber wenn ich was dagegen tun kann, tue ich es. Auf Tofua regnet es fast jeden Tag zumindest einmal. Seit den letzten Arbeiten war mein Dach zum Glück wasserdicht. Also saß ich im Trockenen und konnte meiner Hand eine Pause gönnen. Ich habe gerade nichts vor. Ich muss ja lernen, nichts zu tun. Ich tue nichts. Am nächsten Morgen erwartete mich eine nette kleine Überraschung in meiner Falle. Ein Frischlingsweibchen. Seine Mutter war bestimmt neben der Falle vorbeigelaufen und nur ihr Junges fiel hinein. Was ist das denn? Ich glaube, so ein großes Loch für so ein kleines Schweinchen wie dich? Schon besser. Viel besser. Ich glaube, ich spreche die Schweinesprache. Keine Ahnung, was ich mit dem Ferkelchen anfangen sollte. Jedenfalls wollte ich nicht, dass es in der Falle stirbt. Ein paar Tage später ging es meinem Finger besser und ich schaute nach meinen Pflanzen. Sie waren rasant gewachsen. Hier ist eine. Und hier noch eine. Die fängt erst an. Ich freue mich sehr. Meine kleinen Hände. Das ist das Ergebnis. Normalerweise läuft mir das Schweinchen immer hinterher, wenn ich auf Erkundungstour gehe. Aber heute bin ich schon ziemlich lange unterwegs und das Ferkel ist mir nur etwa einen Kilometer weit gefolgt. Dann ist es ins Unterholz gelaufen. Es hat sich versteckt. Ich musste zwei Stunden suchen, um es wiederzufinden. Jetzt trage ich es. Aber das Schweinchen lässt sich nicht gern tragen und quiekt ganz furchtbar. Und ich kann unmöglich zwei, drei Stunden lang ein quiekenes Schwein tragen. So ein Schwein macht ziemlich viel Krach. Deshalb baue ich jetzt ein Gatter neben meiner Hütte und setze das Schweinchen rein. Das hier übersteigt nämlich meine Geduld. Seit zwei Stunden. Furchtbar. Die Insel hielt ständig neue Überraschungen für mich bereit. Mit meiner Machete zerschnitt ich zufällig eine merkwürdige Liane. Ja, es kommt. Man trinkt ein bisschen langsamer als an einem Wasserhahn. Aber wenigstens habe ich dadurch Wasser. Und Zeit habe ich doch sowieso. Schmeckt gut. Süßlich. Wenn ich im Wald bin, ist das sehr praktisch, weil es da kaum Kokosnüsse gibt und ich trinken muss. Seit ich auf Tofua bin, sehe ich zum ersten Mal solche Wellen. Riesenwellen. Dort gehe ich sonst angeln. Aber heute sind die Wellen zehn Meter höher. Sieht aus, als wenn ein Sturm kommt. Riesenwellen. Echt erstaunlich. Angesichts der Naturgewalten musste ich mich fragen, ob mein Unterschlupf standhält. Wasserdicht war er ja. Aber jetzt könnte das Dach einfach wegfliegen. Oder eine Palme drauf fallen. Ich musste jedenfalls unbedingt mein Solarpanel bergen. Am nächsten Morgen war die Stelle, an der es stand, übrigens tatsächlich völlig überschwemmt. Abends wurde der Sturm noch stärker. Mit der Dunkelheit begann dann eine echte Höllennacht. Das Krachen in den Bäumen war beängstigend. Noch schlimmer war, dass der Wind drehte und mir der Regen direkt ins Gesicht schlug. In kürzester Zeit war ich pitschnass. Hallo. Jetzt wird es allmählich morgen. Ich bin froh darüber, weil ich diese Nacht nicht geschlafen habe. Ich konnte ja nichts sehen und wusste nicht, was passiert. Nur die Geräusche waren da. Donnern und Blitzen und so weiter. Jedes Mal, wenn ich kurz eingeschlafen bin, hat mich gleich wieder was geweckt. Kurze Nacht. Jetzt bin ich froh, dass es hell ist und ich nachschauen kann, wie es aussieht. Das ist wichtig. Ein neuer Tag. Und meine Hütte ist nicht zerstört worden. Mit dem Ding hier mache ich immer vor der Hütte sauber. Jetzt habe ich beschlossen, zwei Wege zur Hütte anzulegen. Ich weiß, dass es nicht sehr nützlich ist, weil ich dann jeden Tag die runtergefallenen Blätter wegfegen muss. Ich fange also immer wieder bei null an. Aber dadurch habe ich wenigstens eine zusätzliche Aufgabe. Manchmal wird mir hier nämlich einfach die Zeit zu lang. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Dann war mein Solarsystem an der Reihe. Offensichtlich lädt es wieder ganz normal. Ich war mir nicht sicher, ob der Adapter noch funktioniert. Schon wegen der vielen Feuchtigkeit bei dem Sturm. Aber es läuft wohl alles. Und ich glaube, es läuft sehr gut. Trotzdem gab es ein paar Sturmschäden. In meinem Garten sah auf den ersten Blick alles gut aus. Das Zuckerrohr, die Zwiebeln und die Taro-Pflanzen wuchsen prächtig. Nur die Wassermelonen waren nicht mehr zu retten. Der Sturm hatte sie völlig zerfetzt. Aber statt nun geknickt zu sein, konzentrierte ich mich auf ein neues Projekt. Ich bin sehr glücklich. Das ist einiges. Ich bin sehr glücklich. Ich freue mich. Jetzt habe ich eine Bank. Manchmal fehlt mir jede Motivation. Aber heute bin ich aufgewacht und dachte, ich baue mir eine Bank. Jetzt ist Abend und ich habe eine Bank. Meine Bank. Ich bin glücklich. Inzwischen war mein Abenteuer fast zu Ende. Wald würde Gaël eintreffen und mir bei der Rückkehr in die Zivilisation helfen. Ich fing schon an, den Horizont abzusuchen. In dieser Welt kann man nichts als gegeben annehmen. Peggy hatte eine schlimme Überraschung für mich parat. Wie üblich war sie aus ihrem Gatter ausgebrochen. Doch diesmal verschwand sie einfach. Die Insel ist so groß, da kann man lange suchen. Ich finde sie nicht, aber ich habe es versucht. Als sie damals in meiner Fallgrube gehockt hat, war sie höchstens drei Wochen alt und sehr klein. Ich musste sie ernähren, so gut ich konnte. Nach einer Woche hat sie dann zu fressen angefangen. Das war ein großer Sieg für mich. Ich fühle mich wie Eltern, die irgendwann ihre Kinder loslassen müssen. Wenn es ihre Entscheidung war, in die Natur zurückzugehen und ihr eigenes Leben in der Wildnis anzufangen, dann ist das ihre Entscheidung. Und ich bin happy damit. Und jetzt, wo sie weg ist, gibt es wenigstens kein Chaos mehr bei meiner Hütte. Aber sie fehlt mir. Naja, so ist das eben. Ich hoffe nur, dass es ihr gut geht. Wenn sie eines Tages nochmal Hallo sagt, freue ich mich sehr. Mit der Ankunft von Gael ging mein Einsiedler-Dasein zu Ende. Plötzlich hatte ich wieder jede Menge Energie. Ich wollte ihm alles zeigen. Im Rückblick kam mir mein Abenteuer fast unfassbar vor. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihn vorfinden würde. Wir kennen uns schon sehr lange. Aber wird er noch derselbe sein? Bei mir ist die ganze Motivation wieder da. Ich bin so froh. Das Schöne ist, dass Gael mir Lebensmittel von zu Hause aus der Schweiz mitgebracht hat. Ich habe jetzt Bündnerfleisch und Käse. Toll, wie Weihnachten. Gael war etwas mehr als zwei Wochen auf der Insel. Ich versuchte meine Erfahrungen der vergangenen neun Monate mit ihm zu teilen. Den Umgang mit der Machete, den Fischfang und den Vulkan. Ich schilderte ihm alles. Die schönen und die unschönen Momente. Und meine Einsamkeit. Allein an einem fantastischen Ort. Was für ein Glück. Aber mir war ja nicht klar, wie belastend die Einsamkeit sein kann. Ich merke jetzt schon, dass man gern alles teilt, wenn ein anderer da ist. Ganz allein, das ist bestimmt nicht einfach. Der Tag der Abreise rückte näher. Eine Aufgabe hatte ich noch, bevor ich die Insel verlassen konnte. Ich habe die Box hier eingegraben, um die Zeit anzuhalten. Jetzt wird mir klar, dass die Zeit natürlich trotzdem weiterläuft. Man nimmt sie aber anders wahr. Ich wollte immer nur wissen, welchen Tag wir hatten. Na klar, jede Erfahrung hat einen Anfang und ein Ende. Am Anfang habe ich immer nur nach vorne gedrängt und nach vorne gesehen. Jetzt am Ende muss ich akzeptieren, dass wir das alles hier verlassen müssen. Natürlich gehörte es dazu, dass ich jetzt wieder in das Leben zurückkehrte, das ich vorher hatte. Als ich herkam, wusste ich nichts über diesen Ort. Gar nichts. Jetzt, nach neuneinhalb Monaten, war er fast mein Zuhause geworden. Ja, ich fühlte mich hier zu Hause. Ja, ich weiß genau. Ja, ich weiß kunac. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Vielen Dank.